Das sieht weitergehend aus. Aber wir haben ja noch am Anfang hinein. Ich bin gerade ein bisschen fest in der Deko. Sieht auch weitergehend aus. Ach, wieder Ruhenspiel. Ich bin gerade noch ein bisschen. Oh, okay. Yeah, I'm just going to start, mate. Yots. I'm just trying to shoot. I'm just trying to shoot. Oh, du hast ihn oft gesehen. Oh, du hast ihn oft gesehen. Ich bin nicht ein Haft. das nicht so schön Das ist was ich gucke im Weg. Nicht so gut Wenn du deinen Bremsen machst, ist es gut So viele, die deren Schweren ablanken, als ich so gleichzeitig mache, ist. Ich habe auch irgendwie nicht gefühlt, dass ich bei einer dann sofort... Och, komm hier mit dein Schweren. Oh! Ich werde jetzt wieder mit dem Schweren. Oh! Ich werde jetzt wieder mit dem Schweren. Ich bin sehr frech hier. Es scheint eine Etage über, die sie hier zu geben, obwohl ich nicht weiß, wie man dorthin geladen hat. Ich muss an diesem Gottflasterort ein Geheimnis finden geben, die mir weiterhelfen würde. Meine Fäden sind so gut wie aufgebraucht und meine dunklen Kristalle sind unverständlich. Gott hat mich hier an den Stich gelassen. Sie kommen. Ich kann sie hören. Vergib mir ihres. Denn es scheint, dass ich deine wunderschöne Antlitz nicht mehr erblickt werde. Rot, 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 rot. Auch nicht. Nur mit Magie. Aber nicht rot. Ach, dann haben die eine Reihenfolge. Mindschönig. Okay. Du bist gut. Ja bereit. Ja, sag an recurring Jahren. In número 36omial. Hier vielleicht drin? Nee. Nein. Ja. Nicht. Nein, nicht nur wieder kämpfen. Nein, nicht nur wieder kämpfen. Ja. Nein, nicht nur wieder kämpfen. 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 Ah! Schauen wir uns doch bei der Innen-Energie zurück, wenn wir noch da in einen Raum gucken. Dann muss ich über die Treppe runter. Ich kann auch hier nicht abkürzen. Oh, kristallisch hier. Oh ja, danke. Okay. Oh, kristallisch. Ich gucke noch mal rein in ein Fenster an. Lawinenheb. Nehme ich mal mit. Und ich habe kristall übersehen. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.